Das tropft schon, wir probieren jetzt mal das Eis von Wuhu Ice Cream. Das ist schockgefrostet und mit 100, 106. Okay, eine Ice Cream Sorte, die ihr unbedingt probieren müsst, ist, ich hoffe ich kann euch das jetzt zeigen hier, Contour, das ist veganes Eis, total lecker. Auch ein Eis, was richtig, richtig lecker ist, gibt es bei Tane B und nennt sich Spanne-Ans. Da ist das aller, aller leckerste Schoko-Eis. Schmeckt unfassbar lecker, gibt es hier Vision Ice. Das ist super geil. Okay, kleines Review von dem Ice Cream Market. Es war ziemlich lecker, wir haben einen kleinen oder großen Zuckerschock. Wer die Zeit hat, kann sagen, wer heute noch Zeit hat, bis 18 Uhr ist das noch geöffnet, sollte sich auf jeden Fall die Chance nicht entreden lassen. Um nicht komplett nass zu werden, bin ich jetzt doch lieber schnell nach Hause gedüst, aber ich möchte euch trotzdem noch meine Top 3 vom Eisnaschmarkt vorstellen. So, Nummer 1, Contour-Eismanufaktur, weil sie unfassbar leckeres, veganes Eis macht. Zu finden Prenzlauer Berg in der Hoch-Danziger Straße 65. Nummer 2 ist Tane B, zum einen, weil die Dame einfach total sympathisch war und weil sie Spargeleis kreiert hat, was richtig, richtig lecker ist. Das muss man erst mal können. Und Nummer 3 ist der junge Herr hier. Wohlfahrtschokolade aka Ice Visions mit Z macht das allerleckerste Schokoladeneis ever, 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 ever. Das ist der junge Herr hier.